Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Horrorfilme gibt es ja so einige da draußen in der Filmwelt. Und natürlich auch einige mit schwangeren Frauen. Aber gibt es so viele Filme, die das Motiv der schwangeren Frau mit Haunted House Horror mischen? Man weiß es nicht, wir werden es vielleicht rausfinden bei Bad Rest. Ein Film, der hier mit ziemlicher Verspätung erscheint. Der ist nämlich bereits Anfang Dezember in den USA in den Kinos gelaufen. Hier erscheint er nun am 15. Juni bei uns. Im Verzug besprechen tun den zum einen der Chris. Hallo, einatmen und ausatmen. Neun Monate sind keine lange Zeit. Ja, ein Film, wo wir ja den Trailer bei uns im Trailerama hatten. Trailerama ist ja unsere Trailer-Reaction-Show, die man jetzt hauptsächlich auf YouTube sehen kann. Könnt ihr natürlich gerne reinschauen. Christopher, ich weiß gar nicht, warst du bei der Ausgabe auch mit dabei? Oh, das könnte sein. Nur dieser Trailer hat einen ähnlichen Eindruck hinterlassen wie der ganze Film. So viel sei schon mal vorgegriffen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, ich war nicht dabei. Ich war nicht dabei. Okay, weil ich muss zugehen, dass der Trailer, ich fand das, also, der Trailer hat zwar ein bisschen überreizt, aber das Marketing macht den Film unter Umständen an manchen Stellen ein wenig interessanter, als er dann nach hinten raus ist. Aber ist das denn hier überhaupt ein interessanter Film? Christopher, womit kriegen wir es hier überhaupt zu tun? Julie versucht schon seit Längerem ein Baby zu bekommen und hatte leider auch eine tragische Fehlgeburt hinter sich. Aber jetzt ist sie erneut schwanger und sie zieht mit ihrem Mann Daniel in ein großes, schönes neues Haus, weit abgelegen im Wald. Und die beiden freuen sich einfach auf einen Neuanfang. Dann kommt es aber leider zu einem kleinen Unfall. Julie stürzt und der Arzt verordnet ihr Bettruhe. Und zwar die kompletten acht Wochen, die es noch bis zur Entbindung dauert. Und sie liegt im Bett, liest Bücher, chattet und vertreibt sich die Zeit und plötzlich hört und sieht sie Dinge. Denn da ist ein kleiner Junge, der scheinbar nur von ihr gesehen wird und der sie ständig warnen will, dass jemand ihr ihr Baby wegnehmen will. Ihr Mann und die mitanwesende Pflegerin fangen langsam an, an Julies Verstand zu zweifeln. Aber Julie ist sich ganz, ganz sicher, da ist irgendeine unheimliche Macht in diesem Haus und sie hat es auf ihr Baby abgesehen. Ja, so kann man es wirklich in den Grundzügen zusammenfassen. Wobei sehr viel mehr als das ist es dann eigentlich auch nicht. Eben. Ein Film, der wahrscheinlich nicht sonderlich teuer war. Es ist auch ein Regie-Debüt von Laurie Evans-Taylor. Die hat schon ein paar Drehbücher geschrieben und jetzt auch anscheinend das zum Reboot oder zumindest zum sechsten Teil der Final Destination Reihe. Das hier ist ihr Regie-Debüt und man muss sagen, das merkt man schon, ne? Es ist schwierig. Also einerseits wirkt es wie ein unbeholfenes Regie-Debüt. Andererseits könnte es auch wirken wie ein weiterer Film von einem Veteranen, der müde ist und irgendwie keinen rechten Bock mehr hat. Also das, 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 das... Kuriose Bischung. Ja, ja, also beides ist da irgendwo möglich. Es sieht wirklich aus wie ein Film von jemandem, der das schon viel zu lange macht und dem die Ideen ausgehen. Oder eben von jemandem, der das zum ersten Mal gemacht hat und nicht so recht gute Ideen hat, gleich von Anfang an. Um jetzt aber auch vielleicht mal mit was Positivem einzusteigen. Der Film wurde ja beworben mit von den Produzenten von Scream. Und wem man dann hier sieht, ist auch wahrscheinlich dahingehend kein Zufall, denn die Hauptdarstellerin ist Melissa Barrera. Genau. Ähm, die kennt man ja, äh, in den beiden neuen Scream-Filmen als, nein, nicht Jenna Ortega, sondern Jenna Ortegas ältere Schwester. Und ich kann schon mal sagen, die macht, die, die tut hier schon wirklich, was sie kann. Ich find sie gar nicht verkehrt, muss ich sagen. Nein, sie ist in Ordnung. Sie gibt, sie spielt die Angst, ähm, dementsprechend überzeugend. Sie gibt auch in den Dramaszenen keine schlechte Figur ab. Nur man hat irgendwie das Gefühl, sie wird wie alle anderen hier von Regie und Drehbuch deutlich im Stich gelassen. Also du merkst hier, dass da jemand wirklich hart arbeitet mit dem Material, mit dem sie arbeiten muss. Aber das Material an sich gibt halt nicht allzu viel her. Und ich hab schon am Anfang ein schlechtes Gefühl gehabt beim Setting und beim ersten Scare. Mhm. Denn die Wörter abgedroschen und klischeehaft sollte man hier vielleicht nicht andauernd benutzen. Das wäre auch abgedroschen und klischeehaft. Aber meine Güte. Natürlich müssen die beiden in ein abgelegenes, großes Haus ziehen, damit das Gefühl der Isolation auch unbedingt zum Tragen kommt. Und damit gruselige Atmosphäre noch mehr wirken kann. Oh mein Gott, sie ist hochschwanger. Mhm. Allein in diesem großen Haus, weit, weit weg. Ja, ja. Was auch irgendwie, wo du mal wieder das Gefühl hast, da stellt jemand die Atmosphäre über den Sinn und vor allen Dingen auch den Logikgehalt der Geschichte. Ja. Ich meine, guck dir dieses Haus an. Wie viele Kinder wollen die beiden denn haben? Acht? Vor allem guck dir eins an dem Haus an. Die haben so ein Riesenhaus, aber anscheinend nie irgendwie ihre Stromrechnung bezahlt oder überhaupt den Strom angemeldet. Weil da gibt es so viele Szenen, wo man sich denkt, warum macht ihr nicht einfach das Licht an? Also, das mag jetzt zwar merkwürdig klingen, aber wenn man dann den Film gesehen hat, wird man verstehen, wie ich das meine. Ja, es ist so ein bisschen, also ich würde den Film eigentlich fast als verunglücktes Drama irgendwo sehen. Weil diese Dramaszenen, die fand ich gar nicht mal schlecht. Also auch so dieses Trauma, was Julie mit sich rumschleppt, das hat sie schon nicht schlecht gespielt. Und ja, das ist jetzt auch nicht frei von Klischees, aber das ist so der Teil, für den sich die Regisseure noch am ehesten interessiert. Beziehungsweise, wo sie wirklich daran interessiert ist. Das Problem ist, dass alles drumherum einfach wahnsinnig vorhersehbar gerät. Und ja, dass das, was halt auch eben da ist, also der Horroranteil des Films, der ist halt so, äh, eigentlich, ja, er ist schon sehr klischeebeladen und irgendwo auch fast schon belanglos, würde ich sagen. Ja, das erinnert mich an einen Film, der eigentlich vor vielen, vielen Jahren stark gefeiert wurde, den ich aber nie so toll fand. Du erinnerst dich an Das Waisenhaus, dieser mexikanische. Der hat ja auch für mich mehr als Drama als als Horrorfilm funktioniert. Und das hier auch. Du merkst halt deutlich, das stimmt absolut, Laurie Evans Taylor ist interessiert an den Figuren und wie sie mit dem Trauma umgehen. Aber sie ist keine gute Handwerkerin und vor allen Dingen, sie weiß nicht, wie man das hier ordentlich pfeffern muss, damit es unheimlich wirkt. Du hast erst mal eben das abgedroschene Setting, von wegen eben großes Haus im Nirgendwo und dann aber auch macht sie den großen Fehler mit diesen, äh, mit diesen Beginner-Jump-Scares, die sich immer als harmlos entpuppen. Also ein Horrorfilm im, im Jahr 2023, der ist, der ist wagt, mit sowas noch um die Ecke zu kommen. Der gehört eigentlich wirklich sofort abgebrochen. Das sollte man als Zuschauer in der heutigen Zeit nicht mehr über sich ergehen lassen. Und ich hab schon sofort gewusst, oh je, was wird das denn hier für eine Nummer? Als Julie am Anfang da reinkommt und die Handwerker werkeln, dann ist es abends und sie fangen an, nach Hause zu gehen und sie blickt hinter so einen Vorhang, es ist ganz still und auf einmal kommt ihr Mann hinter ihr ganz schnell an und sie erschreckt sich. Oh, was soll denn das? Du hast mich zu Tode erschreckt. Und ich dachte wirklich, mit sowas steigen wir hier ein. Das ist ja fantastisch. Mich hat's ja ehrlich gesagt überrascht, dass, äh, zu Beginn des Films nicht irgendwie Blumhouse eingeblendet wurde, weil das ist so ein richtig typischer Blumhouse-Film eigentlich. Ja, aber... Und ich, ich glaub, Scream ist doch jetzt auch von Blumhouse, oder? Ich weiß nicht, ob die da mitmischen, aber der Punkt ist, selbst die von Blumhouse, wie gesagt, die, die, die sorgen dafür, dass so eine Geschichte ein bisschen mehr Würze hat. Die sind entweder ein bisschen brutaler, die, die schrauben den Gore-Anteil ein bisschen hoch, oder die machen ziemlich verrückte Ausgangssituationen, sowas wie Megan jetzt zum Beispiel. Aber das hier, das, das wäre für aktuell für Blumhouse auch immer noch zu lame. Da würde man auch drauf gucken und sagen, das ist alles. So, da kommt sonst nichts mehr. Ja, man, man hat so ein bisschen halt das Gefühl, äh, fürs Marketing, also für den Trailer haben sie wahrscheinlich die Leute rangeholt, die sonst die Blumhouse-Trailer machen. Ja. Weil, ich muss ja sagen, ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, weil der Trailer, der war mir ehrlich gesagt zu aufdringlich. Und dann hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass der Film ein bisschen ruhiger und subtiler ist. Das ist er auch zumindest hin und wieder mal, aber, ja, er wirkt halt auch echt so ein bisschen, ja, kraftlos. Und, ähm, du hattest ja auch schon die handwerklichen Defizite angesprochen. Zum Ende hin wird das wirklich richtig schlimm, weil es gibt einige Szenen, wo ich nicht verstanden habe, was gerade passiert. Aha. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich es halt nicht im Kino gesehen habe, sondern wir hatten ja, äh, einen Screener, den habe ich ja, ja gut, den habe ich halt auf dem großen 4K-Fernseher, äh, gesehen. Äh, und auch noch mit, ja gut, es ist im Moment auch relativ hell draußen. Aber, äh, ich habe wirklich, ich habe, ich habe nicht mehr verstanden, was abgeht. Und vor allem, was dann, äh, äh, ihrem Ehemann wieder fährt, äh, äh, so im letzten Drittel, das, das habe ich überhaupt nicht kapiert. Und das ist nicht gut, das, also, das hat mich so ein bisschen erinnert an diesen, ähm, hier ersten Enola-Holmes-Film auf, äh, auf Netflix. Mhm. Dem hat es auch nicht gut getan, weil da hast du gemerkt, oh, der war eigentlich für eine Leinwand gedacht. Und auf Netflix, auf dem Bildschirm wirkt das einfach nicht wie im Kino. Und dann war es generell handwerklich auch einfach schwierig. Und das war auch, das war auch ein Kinodebüt. Da hat mich das sehr dran denken lassen und leider auch nicht auf die gute Art und Weise. Und zum Ende hin, wir verraten jetzt natürlich nicht, das ist Ende, aber, oh, weia, das hatte ja schon Schamalan-Dimension. Ja, da wird zum Ende hin auch deutlich, in welche Richtung man hier stattdessen hätte gehen müssen, um das Ganze, naja, zumindest erinnerungswürdig zu machen. Da hätte ich einfach ein bisschen mehr den Blut und den Body-Horror und den Ekelfaktor vielleicht ein bisschen höher geschraubt. Nicht, dass ich sowas gerne sehe oder das besonders unterhaltsam finde, aber es wäre, um zumindest einen Eindruck zu hinterlassen, die bessere Richtung gewesen. Weil was du hier im Finale bekommst, das ist so ein lames Geisterbahn-Finale. Wirklich mit allen möglichen diesbezüglich üblichen Wendungen und Wehdrehungen und Kick-Ass-Momenten für unsere Heldin hier. Also, das ist so lame, da fragst du dich, wie ist hier nochmal die Altersfreigabe? Also wirklich mit, vielleicht mit einem zugedrückten Auge könnte man den fast schon mit ab zwölf durchwinken. Ja, durchaus. Ich weiß es nicht genau. Ja. Ja, und dann an einer Stelle wird es zwar brutal, aber dann auch dermaßen hanebüchen, dass das jemand überleben kann. Aber, ja gut. Zusammenfassend kann man sagen, ja, es ist, ich bin jetzt nicht irgendwie wütend auf den Film oder so. Ich muss auch sagen, Melissa Barrera, die gefällt mir schon recht gut. Also, die kann einen Film auch durchaus tragen. Auch hier so diese Hebamme zwischen der und, ja, der Hebamme habe ich irgendwie nicht über den Weg getraut. Keine Ahnung warum. Ich habe auch das Gefühl, ist sie es vielleicht, ist sie es nicht. Da hat der Film mich hier und da ein bisschen gehabt. Ja, hin und wieder. Aber, wie gesagt, in den zwischenmenschlichen Momenten funktioniert der. Die Sachen, die nur von den Darstellern getragen werden, das geht. Aber vor allen Dingen, das Oberdeutlichste hier ist, dass du siehst, dass Laurie Evans Taylor wohl auch nicht ihren eigentlichen Fähigkeiten als Regisseurin richtig über den Weg traut. Denn hier kommt dieser klassische Trick zur Geltung. Wann immer du einen Schockmoment hast, fährt die Tonkulisse sowas von weit auf. Ja. Wird da so ein, kommt so ein richtiger Radau, der dich durchschütteln soll. Der einfach nur kaschieren soll. Was hier optisch passiert, ist einfach nicht gruselig genug. Da kann das Orchester so laut aufspielen, wie sie wollen. Der Scare funktioniert einfach gerade nicht. Ja, das ist das Einmaleins des Hollywood-Jumpscares, ne? Also, irgendwas ins Bild springen und die Tonspur aufdrehen, ne? Naja, zusammenfassend kann man sagen, es ist, ja, es ist ein irgendwo leicht unterdurchschnittlicher Film durchaus. Also, ja, also wer sich den unbedingt antun möchte, in Anführungsstrichen antun. Also, er tut jetzt nicht weh. Wobei, ich muss sagen, ich fand den, ich meine, der ist ja, der ist ja sehr, sehr kurz. Der geht ja mit Abspann, glaube ich, nicht mal 90 Minuten und fühlt sich aber leider überhaupt nicht kurzweilig an. Nein. Wie gesagt, Hauptdarstellerin tut, was sie kann, rettet für mich auch teilweise was. Aber das ist wirklich so ein Film, wo man sich fragt, warum der jetzt überhaupt ins Kino kommt und auch noch mit einem halben Jahr Verzug. Äh, weil das ist, das ist ein Direct-to-Netflix-Ding. Also, sorry. Ja, aber total. Das ist, das ist, das ist wirklich, das ist das Musterbeispiel eines Füllers. So, Füller für die Kinos, die vielleicht gerade nicht so viel am Laufen haben. Füller für einen Streaming-Dienst, der sagt hier, ich brauche was für meine Horrorsparte. Und wenn der dann zum Streaming erhältlich ist, also ich glaube, niemand wird damit irgendwie hier einen gruseligen, schönen Abend verbringen können. Der funktioniert ironischerweise besser als Einschlafhilfe, wenn man dann eben den Ton runterdreht. Kann man ihn gut im Hintergrund laufen lassen, während man schon im Bett liegt. Ja, passend zum Film. Eben, eben. Und vor dem Showdown müsste man dann eigentlich schon dezent eingeschlummert sein. Ja, gut. Bevor wir dezent wegschlummern, äh, ja, ach wirklich, ne, eine Empfehlung kann man nicht rausgeben. Man muss jetzt aber auch nicht, also das ist jetzt auch kein Film, den ich jetzt weiträumig umfahren würde. Der tut jetzt auch nicht weh. Der ist nur einfach ein bisschen belanglos. Sagen wir es mal so. Ja, aber das ist dann schon eine klare Anti-Empfehlung. Also komm, diese 90 Minuten, die kann man besser verbringen. Ich würde ganz klar sagen, dein, spart euch den. Ja, der tut nicht weh, der ist nicht ärgerlich doof, aber ehrlich, von mir aus sage, ich mach den Bogen darum. Guckt lieber nochmal, keine Ahnung, Rosemary's Baby zum 100. Ja, gut, okay, da holst du jetzt allerdings eine Referenz ran. Aber, also wer nach dem Trailer neugierig geworden ist, der Trailer ist in Teilen origineller, als der Film, würde ich sagen. Also mit dieser Stimme, das hatte ich schon irgendwie was, auch wenn sie es überreizt haben. Aber nee, wenn ihr ihn unbedingt sehen wollt, wartet, bis der irgendwie auf Netflix landet. Ich nehme an, der wird so in den Kinos untergehen, dass er wahrscheinlich eh in drei Wochen auf Amazon Prime läuft. Anyway, ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne ins Kino gehen, euch ein eigenes Bild machen. Ab dem 15. Juni auf den deutschen Leinwänden zu sehen. Ihr dürft uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr jetzt trotzdem neugierig auf den Film geworden seid, wenn euch vielleicht schon der Trailer angesprochen hat, lasst uns das gerne wissen, ob nun beim YouTube Upload in der Kommentarspalte oder aber auf unserer Website www.teleminostramptisch.de, da könnt ihr auch vorbeischauen. Und ich würde sagen, damit legen wir uns jetzt hernieder und ja, nicht für neun Monate und auch nicht für acht Wochen. Aber mal schauen, wenn wir uns dann wieder hören. Christopher, war mal wieder cool. Mach es gut. Ciao, ciao. Danke, danke. Ciao, ciao. Und herzlichen Glückwunsch. Es ist ein Flop. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStramptisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank.